Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um das Thema Ketone bzw. Alkanone. Stoffe mit einer Ketogruppe im Molekül gehören zur Stoffklasse der Ketone. Bei Ketonen ist die Ketogruppe an zwei organischen Resten, also zwei Alkylgruppen, gebunden. Die Alkylgruppen müssen nicht dieselben, sie können also unterschiedlich sein. Eine Untergruppe der Ketone bilden die Alkanone. Sie leiten sich auch von den Alkanen ab. Der Wortstamm alk steht für die Anzahl der C-Atome im Molekül. Diese sind über Einfachbindungen miteinander verbunden. Und die Endung on steht für die funktionelle Gruppe der Ketone bzw. hier Alkanone, nämlich für die Ketogruppe. Eine Zahl, die hier vor der Endung stehen kann, gibt die Position der Ketogruppe im Molekül an. Das einfachste Alkanon heißt Propan-2-On. Auch hier können wir das Wort auseinandernehmen. Der Wortstamm Prob steht für drei Kohlenstoffatome im Molekül, die über Einfachbindungen miteinander verbunden sind. Die Zahl 2 gibt an, dass die Ketogruppe an zweiter Position der längsten Kette des Moleküls zu positionieren ist. Das Molekül Propan-2-On habe ich hier dargestellt. Die längste Kette umfasst hier drei C-Atome. Die C-Atome sind jeweils über Einfachbindungen miteinander verbunden. Und die Ketogruppe ist hier an zweiter Position zu finden. Die Ketogruppe ist die funktionelle Gruppe der Ketone. Allgemein werden Atomgruppen, bei denen ein Sauerstoffatom über eine Doppelbindung an ein C-Atom bindet, auch Karbonylgruppen genannt. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Karbonylgruppe bei den Ketonen nicht endständig ist. Sie steht also nicht am Anfang bzw. Ende der längsten Kette. Um die Position der Karbonylgruppe bzw. Ketogruppe herauszufinden, zählt man wieder in Anführungszeichen den kürzesten Weg bis zur funktionellen Gruppe. Eine funktionelle Gruppe ist eine Atomgruppe, die die Eigenschaften eines Stoffes wesentlich mitbestimmt. So trägt beispielsweise im Propan-2-On-Molekül die starkpolare Ketogruppe die zwei unpolaren Methylgruppen. Durch die Ketogruppe im Molekül ist Propanon in Wasser löslich. Auch die Alkanone bilden eine sogenannte homologe Reihe, in dem Fall die homologe Reihe der Alkanone. Unter einer homologen Reihe versteht man eine Reihe ähnlicher organischer Verbindungen, bei denen sich die Moleküle aufeinander folgender Glieder jeweils um eine CH2-Gruppe unterscheiden. Das schauen wir uns genauer an. Der Ausschnitt der homologen Reihe der Alkanone zeigt, dass sich die Glieder jeweils um eine CH2-Gruppe unterscheiden. Wenn ich von Propan-2-On zu Butan-2-On wechsle, so unterscheiden sich beide Glieder um eine CH2-Gruppe. Und so setzt sich das fort, zum Beispiel hin zum Pentan-2-On und so weiter. Die allgemeine Summenformel der Alkanone lautet CNH2NO. Oxidationsreaktionen von sekundären Alkoholen bilden Ketone. Sekundäre Alkohole sind die Alkohole, deren Hydroxy-Gruppe an ein C-Atom gebunden ist, das zwei weitere Kohlenstoffatome bindet. Im Gegensatz zu den Aldehyden wirken Ketone nicht reduzierend. Propan-2-On ist das einfachste Keton, im Alltag ist es besser bekannt als Aceton. Es ist beispielsweise in Nagellackentferner enthalten. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.